Ich habe echt ein bisschen Angst heute. Heute machen wir einen Minecraft Vertrauenstest. Ich habe hier zwei Spitzhacken. Die hier verkaufe ich, die ist so 50.000 wert. Und die hier werde ich aus Versehen droppen, die ist mindestens 100 Millionen Dollar wert. Und wir schauen mal, ob die Spieler heute ehrlich sind. 20 Minuten später. Ja, Top. 50.000 hast du bekommen, gerade dann droppt. Dann kriegt er jetzt nicht die, sondern diese Hack. Wird er ehrlich sein oder wird er unehrlich sein? Passt alles so? Oh, warte. Ja, wird er ehrlich sein? Hat was vergessen. Ja, was? Wir kriegen eine Kartoffel. Alles, danke. Wow. Fünf Minuten später. Ich frage jetzt nochmal nach. Ja, wir wurden ja so krass verarscht. Vielleicht hat er es auch gar nicht gecheckt. Die ist 100 Millionen wert. Kannst du mir die wiedergeben? Dann kriegst du hier deine Spitzhacke auch wieder. Und du bekommst sogar von mir die 50.000. Nein, du hast die richtige mir gegeben. Bist du dir sicher? Guck nochmal nach. Nein, habe die nicht. Wow, pro Like kriegt er einen Tag Band.